Moin! Heute erreichte mich dieses schöne Paket von Lion Man Care, wie es schon sagt, für die Pflege, für den Mann. Wollen wir doch mal hineingucken. Wir haben erstmal einen schönen angeschriebenen Zettel für mich. Vielen Dank dafür. Was haben wir dann drin? Untersetzer, sehr cool, kann man immer gebrauchen. Für den Gin, für den Whisky. Ein Zettelchen, wie der Mann sich richtig pflegt. Sehr lustig gemacht, sehr cool gezeichnet, wie ich finde. Gefällt mir hervorragend. Aufkleber. Männersache, top. Dafür findet sich sicherlich ein schöner Platz. Guter Stoff fürs Bartöl. Ist auch hervorragend. Schön gemacht, schönes Wortspiel. Lion Man Care Aufkleber. Sehr schön. Ich finde auch das Logo und gerade dieses Gelb-Schwarz so hervorragend umgesetzt. Da gefällt mir das prima. So, das haben wir im schönen Paket. Schön eingepackt. Wie wir sehen, sofort auffällt, ist die Seife. Bierseife. Herrlich für den Mann. Lion Man Care Bierseife wurde zur Pflege von Haut und Haar von Männern entwickelt. Prima. Bier geht immer. Seife braucht man sowieso. Neutral leicht herber Duft. Wird ausprobiert. Sieht auf jeden Fall super schick aus. Dann haben wir eine Bartbürste. Tolles Holz, oder? Sieht prima aus. Schön klein, handlich gearbeitet. Lässt sich mitnehmen. Schön. Gefällt mir. Sieht sehr gut aus. Und wir haben hier Bartöl Nummer 21. Zwei Fläschchen davon. Bartöl ist immer wichtig, damit der Bart sich schön anfühlt, glanzkriegt, gepflegt wird. Hier haben wir das für Zehme Deine Löwenmähne. Das ist ja so, jeder Mann kennt das. Je länger der Bart wird, je schwieriger wird es, diesen ordentlich in Form zu bringen, ordentlich zu pflegen. Hiervon braucht es 1 bis 5 Tropfen nur. Und schon kann man damit sein Haar pflegen und in Form bringen. Super. Sieht toll aus. Ja, das ist das Paket von Lion Man Care. Gefällt mir super. Ich bin gespannt. Ich werde dann mit meinem Bart die nächsten Tage und Wochen pflegen. Euch natürlich berichten. Besonders gespannt bin ich auf die Bierseife. Sowas finde ich ja immer toll. Bier ist ja eigentlich auch gesund, wenn man den Alkohol weglässt. Daher kann das in der Seife nicht verkehrt sein. Also, wartet gespannt auf meinen Bericht. Ciao. Ciao.